Ja, meine Lieben, wir sind hier mal wieder. Ich filme es ja schon gar nicht mehr, weil es langweilt euch schon beim Grundbuchamt und die Woche nochmal dreimal und Leute glücklich machen, Leute glücklich machen. Und aktuell, aktuell dauert es leider, aktuell dauert es fast zwei Wochen. Unvorstellbar. Aber wir machen Leute glücklich. Euch auch. Bis zum nächsten Video. Mein Name ist Badlanmer. Ich sage euch. Ja, wir müssen wirklich mal eine Gesprächsrunde machen, wie wir Leute glücklich machen, die nicht das Geld dazu haben. Versteht ihr? Wie können wir Leute glücklich machen, die hier anders irgendwie ohne eigene Wohnung es schaffen könnten. Weil wir dürfen nicht immer nur an die denken, die halt Geld haben. Aber von denen lebe ich nun mal. Ja, das ist mein Job. Aber ich denke auch immer an die, die es halt nicht haben. Und wie sollen sie denn Mieten zahlen? Die Mieten sind explodiert. Da helfen wieder die mit, die Geld haben und Wohnungen kaufen, die sie dann vermieten. Dadurch sinken die Preise. Versteht ihr? Also deswegen müssen wir allen dankbar sein, die hier was kaufen und auch investieren. Mittlerweile fast nur noch Kunden, die investieren wollen, um Geld in Sicherheit zu bringen. Okay, also so viel ist es mal von mir. Also wir lassen uns was einfallen und da mache ich mal ein spezielles Video an meinem Tisch im Café und da werden dann einige Leute mitreden. Was kann man hier machen? Leute, die hier leben schon und Erfahrung haben und Informationen austauschen, um euch allen zu helfen. Und das ist wichtig, Leute. Wir müssen Wege finden, jedem eine Möglichkeit zu bieten. Aber egal, weil ich höre immer mehr schlechte Sachen über Germany, dass es da wirklich, naja, gut. Also Leute, liebe Grüße. Passt auf euch auf.